Im Teil 1 sind wir der Frage nachgegangen, wenn wir zwei unterschiedliche Signale haben, wie wir die zusammenfassen können in einem Flow. Und jetzt hat es eine Zusatzfrage zu diesem Problemstellung gegeben, und zwar, dass zum Beispiel das Signal 1 in einen größeren Abstand sendet, als das zweite Signal, was wesentlich kurzer ist. Und damit wir uns jetzt das Problem nochmal vorstellen, habe ich jetzt hier einen Inject Node und sagen wir, das ist unser Signal 1 und das übergeben wir auch im Topic. Wir probieren uns das für das Signal 2 und da machen wir jetzt einfach ein Signal 2 draus. Wir kopieren uns den Join von davor und ebenso einen Debug Node, verbinden den ganzen Spaß und wir setzen jetzt, damit das ein bisschen schneller geht, hier zum Beispiel ein der im Timeout 4 Sekunden. Der Join Node wartet auf zwei Nachrichten, übernehmen. Ich klicke mal das erste Signal an und dann das zweite. Es funktioniert alles wie gewohnt. Auch wenn ich jetzt 2 und 1 anklicke, ist uns auch egal, weil wir werten das ja aus. Wenn ich jetzt Signal 1 anklicke, noch einmal 1, noch einmal 1, und sagen wir, wir wissen jetzt nicht, wann Signal 2 kommt, dann wird Signal 1 einfach weitergeleitet, wenn dieser Timeout läuft. Und wenn jetzt Signal 2 kommt und irgendwann später wieder 1, dann gehen vielleicht beide durch. Das heißt, es ist ein bisschen ein Ungewissheitsfaktor da mit dabei. Und dementsprechend werden wir jetzt versuchen, hier eine Lösung zu finden, mit dem wir auf jeden Fall sicher sein können, dass das Signal immer dann durchgeht, wenn es auch ankommt. Dazu holen wir uns zwei Inject Nodes. Und ich mache mir da wieder ein Boolean draus. Das sendet einfach ein Join. Und da geben wir, wie beim Anfang schon an, eine Nummer mit 21,3. Und zwar werden wir jetzt Folgendes machen. Ich setze mir jetzt einmal hier eine Function Note her, und dann werden wir hier ein Change Note verwenden, damit wir beide Varianten kennenlernen. Und zwar soll es jetzt darum gehen, dass wir diesen Inhalt in dem Flow-Kontext setzen. Das heißt, wir speichern diese Variabel quasi global ab, sodass sie innerhalb dieses Tabellenblattes oder diesem Flow-Blatt dann verfügbar ist. Und es gibt dann auch noch den globalen Kontext, dass es zum Beispiel auch über diese Flow-Grenzen hinaus verfügbar wäre. Wie machen wir das? Wir setzen also hier ein Change Note ein, klicken da drauf und sagen, dass dieses Payload, wir sagen zum Beispiel, verschiebe dieses Payload in Flow. Und jetzt sage ich einfach Sensor 1 Value. Klicke mal auf OK, übernehmen. Dann gehen wir da drüber und klicken einmal drauf. Und wir sehen, dass nichts passiert. Jetzt können wir aber auf dieses Datenbanksymbol klicken. Jetzt haben wir hier den Flow-Bereich. Und jetzt klicken wir einmal auf Aktualisieren und sehen, dass diese Variable jetzt verfügbar ist. Die können wir wieder rauslöschen. Aktualisieren sie noch einmal, passiert nichts. Klicken wir da einmal drauf. Und wir haben dann hier wieder unseren Sensor Value 1. Dasselbe ist aber auch in der Function Note möglich, falls wir da lieber programmiertechnisch unterwegs sind. Wir sagen einfach Flow Set. Dann sagen wir Sensor 2 und der liefert uns dann quasi den Message Payload. Sollte auch so funktionieren, übernehmen. Probieren wir das einmal aus. Wir klicken drauf und jetzt habe ich da meinen zweiten Sensor ebenso zur Verfügung. Das hilft uns jetzt schon weiter, weil jetzt haben wir nämlich eine Logik und können da weitermachen. Und zwar nächster Function Note. Wir haben wieder eine Rollladen-Logik. Logik. Teil 2. Und zwar da drinnen. Lassen wir uns jetzt einmal zu Beginn diese Variablen wieder ausgeben. Und zwar sagen wir Let Sensor 1 ist gleich. Flow.get kann ich jetzt machen. Wir geben wieder den Namen an. Das war glaube ich Sensor 1. Muss man rüberschauen. Wie haben wir das genannt? Mit Underline. Dann machen wir das da auch mit Underline. Sensor 1. Und das reicht uns schon. Das machen wir dann auf der zweiten Seite natürlich genauso. Ja und jetzt kann ich wieder mit meiner Logik weitermachen. Jetzt sagen wir einfach, if Sensor 1 ist nicht undefined und Sensor 2 ist ebenfalls nicht undefined, dann kann da drinnen was passieren. Das heißt, wenn der erste Sensor reingeht, dann hat er hier einen Wert, aber der zweite nicht. Jetzt kommt der erste Sensor noch einmal daher, dann wird einfach der Sensor 1 überschrieben, solange bis beide Sensorwerte verfügbar sind. Und dann sagen wir zum Beispiel hier eine Payload-Variable. Wir sagen da Sensor 1 ist gleich. Also Doppelpunkt muss das jetzt sein. Sensor 1. Kopieren wir uns das aber mit einem Beistrich. Und das wäre dann Sensor 2. Da haben wir natürlich dann wieder einen Underscore. Und somit sollte das dann so gut ausschauen. Das übergeben wir mit Message.Payload ist gleich Payload. Und dann können wir da drinnen auch das Return Message reingeben und nicht herausen, weil es soll wirklich nur dann weitergegeben werden, wenn beide Signale da sind. Und bevor wir das versenden, würde ich vorschlagen, wir setzen das auch gleich wieder retour, also zurück. Und zwar sagen wir, Flow Set Sensor 1 ist dann quasi undefined. Somit ist das dann wieder rausgelöscht. Und Sensor 2 ebenso. Dann würde ich vorschlagen, wir probieren das jetzt einmal aus, ob diese Logik auch so passt. Und da dahinter kann natürlich wieder ein True und False kommen, was auch immer. Aber ich würde vorschlagen, dass es immer die kleinstmögliche Logik in so einem Function-Note drinnen ist. Für den ersten Start würde ich vorschlagen, wir löschen einmal alles raus. Ebenso gehen wir auf den Debug. Ist eh schon rausgelöscht. Jetzt klicke ich einmal auf True. Und wir haben jetzt hier das True Level. Ich klicke noch einmal drauf. Es ändert sich ja nichts. Jetzt klicke ich das zweite Mal drauf. Wenn ich jetzt auf Aktualisieren gehe, sollte nichts mehr drin sein. Das ist gut, weil wir haben es zurückgesetzt. Und jetzt habe ich beide Werte drinnen. Klicke ich jetzt auf 21,3. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Wir sollten jetzt hier drinnen nur einen Wert haben und jetzt auf True. Dann sollten beide Werte durchgehen. Somit kann man sich das da vorstellen. Wir können Ihnen ja damals spaßhalber nicht so einen Wert angeben, sondern einmal auf Timestamp gehen, damit wir da auch ein bisschen einen Unterschied sehen. Gehen wir auf Kontext, Aktualisieren. Das heißt, jetzt einmal einen aktualisierten Wert. Wir haben hier 4,9. Ich klicke noch einmal drauf. Es ist der aktualisierte Wert drauf. Sehr schön. Und wenn ich jetzt drauf klicke, auf den zweiten Wert, geht es wieder durch. Und wir haben dann hier diesen aktualisierten Wert. Noch einmal, weil es so viel Spaß macht. Und dann ist da der aktualisierte Wert drauf. Sehr schön. Also mit Flow-Kontext haben wir also auch die Möglichkeit, jetzt mehrere Signale zu sammeln, auszuwerten und dann in diesen Function-Note dementsprechend unsere Logik umzusetzen und dementsprechend dann weiterzuleiten oder weitere Aktionen zu setzen. Falls ihr auch Fragen habt zu Note-Red und es die Zeit zulässt, greife ich sie gerne auf. Ich werde sie in einem weiteren Video dann bearbeiten. Und bis dahin, viel Spaß, nur Nachbarn. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video.